Willkommen beim Tipi Trainer. Wir freuen uns, dass du dich für eine Tipi-Tastatur entschieden hast und heißen dich herzlich willkommen. Tipi ist speziell für die Einhandbedienung entwickelt worden. Sowohl das Design als auch die Anordnung der Buchstaben sind für eine Hand ausgerichtet. Die Buchstaben sind intuitiv angeordnet, sodass du sie schnell erlernen kannst. Unser Trainer unterstützt dich dabei, die Tipi Schritt für Schritt kennenzulernen. Du kannst die Einstellungen nutzen, um den Tipi Trainer nach deinen Vorlieben anzupassen. Achte darauf, dass die Sprache deiner Tipi und deines Computers übereinstimmen. Informationen dazu findest du in den FAQ, wo du auch eine Tipi-Schablone als Übungshilfe ausdrucken kannst. Die Grundposition deiner Finger ist auf den Tasten I, E, N, R und der Leertaste. Platziere deine Finger auf diesen Tasten und entspanne deine Hand auf dem Handpad. Nutze den Tipi Trainer in zwei Schritten. Als Beginner konzentriere dich zunächst nicht auf die Buchstabenleiste oben am Bildschirmrand, sondern achte auf die Tipi auf dem Bildschirm und die markierten Tasten. Mach daraus ein Spiel, indem du die gelb markierten Tasten mit dem entsprechenden Finger drückst. Nimm dir Zeit, um dich an das neue System zu gewöhnen. Im zweiten Schritt achte immer mehr auf die Buchstabenleiste. Lass dich nicht von Fehlern ablenken. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Der Tipi Trainer besteht aus kurzen Übungseinheiten. Nimm dir auf den Tag verteilt immer wieder 5 Minuten Zeit, um eine Übung zu machen und wiederhole Übungen, wo du dich verbessern möchtest. Viel Spaß und los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.